Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die und ich hab grad ne traubare Zombies hinten am Arsch. Ich bin grad raus am Sortieren und zack, bumms, passiert so was. Naja, das kriegen wir schon mal hin. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt schon am aussortieren gewesen. Du hast ja mich geschlagen, Oma. Da bist du eben mal an was Sinnvolles machen. Und dann passiert so was. Na toll. Also nochmal hallo und herzlich willkommen, ne. Äh, ach da ist ein Kotzer. Guck mal hierher. So, und gut, dass die uns jetzt gut gehört haben. Na gut, das machen wir noch fertig und dann... Kicken wir weiter. Bin ja netter. Manchmal auch zu nett. So, nee, was ich sagen wollte, ich bin hier nämlich schon am aussortieren. Weil ich glaub, ich bräuchte irgendwie Plätzle. Äh, für das Hotel. Jetzt bin ich hier schon an überlegen, was ich hier rausschmeiße und was nicht. Ja, okay, die Kohle könnte ich vielleicht... Also, ihr seht, ich bin schon, äh, so, das geht voran. Langsam, aber das passiert hier was. Äh, ach, das ist da was. Scheiß drauf. Ist gut für Hotdogs, dann kann ich mir welche machen. Das ist, nee, das behalte ich mal. So, das mach ich klein. Scheiße, mach mal paar Rezepte weg. Wie gesagt, die geben alle 100 los. Ich glaub, Rezepte werde ich jetzt nie mehr einsammeln. Dann nehm ich jetzt so lieber sie Punkte im Kauf. Und dann ist es you. So, kriegen wir wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Und ich hab vielleicht ein bisschen mehr Platz. Ich glaub, das ist ja nicht so schlecht. So, das hilft uns zwar erstmal ein Stück weiter. Also, ein bisschen. Gut. Das Schöne ist, im Hotel gibt das hier noch Loot. Das heißt, äh, das Problem verschiebt sich bloß ein Stück nach hinten. Ich muss mir so langsam, also... Hä, wie gesagt, ich wollt ja die Tour, also... Wir haben ja noch 1,2 Meter vor uns. So ist es ja nicht. So, warte mal. Ich wollt eigentlich gucken, ob ich ja... Äh, Erste-Hilfe-Paket, wenn ich das überhaupt sehe. Nee, hab ich zu Hause gelassen. Nee, da ist es. Tada! Gut. Jetzt brauch ich bloß noch... Ach nee, ich bin ja schon verbandagiert. Aber ein bisschen Lebensenergie schadet mich. So! Endlich geht das los. Endlich können wir hier rin. So, Moment mal. Ich möchte mal was testen. Mir wurde was beigetragen. Ich hab das aber so nicht mitgekriegt. Also, das wär mir neu. Einen. Tatsache. Habt ihr das gesehen? Ich krieg ein Brass. Nee, die Türen kaputt machen. Danke nochmal, Andi, ne? Also, für den Tipp. Also, ich muss das auch mit der Pick auseinandernehmen. Danke, Andi. Das hab ich gar nicht so, äh... Mitgekriegt. Naja, da zeigt das, was ich will, aber... Vier Ohren sehen mehr. Also, in der Hinsicht ein bisschen mehr... ...als ich immer. Tatsache. Ich krieg ne Krise. Wisst ihr, was das heißt? Munition ohne Ende. Ich komme. Echt, das ist der Junge. Das ist, also... Was haben wir jetzt so voll... Ja, okay, vielleicht, äh... Ich wies ja nicht, wenn ich das Buch gelesen hab. Äh, naja. Jetzt ist es zu spät. Aber gut, dass ich jetzt wies. So. Sag mal, das hatte ich doch auch schon gehabt. Diese Kartoffelsheets, äh... Blubrind, hier, äh... Du kannst es machen. Also, ich hab gedacht, dass ich das schon habe. So, wie gesagt, nehmen wir in die, was die Punkte... ...vor ihr Janisch kreieren. Und außerdem kann ich so, wie gesagt, viele mehr lupen. Gut, das heißt, ich muss das jetzt immer so auseinanderbauen. Moment, Moment, Moment. Ich bin darauf nicht vorbereitet. Komm mal her, Mädel. Wir müssen miteinander reden. Nehmen wir mal wieder runter. Obwohl, ich kann doch aber trotzdem hier bis zum Schluss... Ich sag nichts. Ich muss kicken, also, ich... Ja, dann muss ich das mit der Bicke machen. Bis zum Schluss. Das ist es mir aber wert. Der dauert jetzt zwar ein bisschen länger, aber scheiß drauf. Auf die 1 Sekundenlänge kommt das jetzt nicht drauf an. Jo, nee, das ist alles. Jo, wie sein muss. Das ist ja, das hat ja eigentlich auch noch zu Hause vorgebracht, wie er so hat. Wie gesagt, das habe ich mir noch 25 Folgen vorgenommen. Wie ein Bett zu bauen und das hat bis jetzt hier richtig gut funktioniert. Ich sag mal, was ist denn hier los? Hier sind ziemlich viele Zombies unterwegs. Hallo! Wo sind die? Ich sehe sie nicht. Da ist er doch. Mensch, hast ja ganz schön lange gedauert. Äh, gebraucht, meint ich. Um zu sterben. Also nochmal zu sterben. Und was haben wir hier? Es ist ein Closet. Aber warum stellt ihr ein Closet ab? Das erschließt sich mir noch nicht. Also wegen dem Pullerwasser kann das nicht sein. Aber hey, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Aber übrigens, äh, Aktion, Bress und so. Also ich habe, ihr habt ja vorhin auch im Auto gesehen. Also da ist schon irgendwie Sachen hinzugekommen, ne? Also, so schlecht ist die Tour ja nicht. Tralala. Du bist hässlich. Was haben wir denn da? Ist es eng? Waschzimmer. Nee, nicht so. Wenn ich so überlege, Hotel. Wann hatten wir mal so ein Hotel gehabt? Ich glaube, das war noch auf den, äh, anderen Dings hier. Na, sah schon. Wir haben doch vorher auf dem anderen Dings hier spielt. Server ist falsch. Also Spielstand, meint ich. Da hatten wir ein Hotel gehabt. Hatten wir auch ehenswimmer Spaß gehabt. Aber hier, glaube ich, hatten wir überhaupt noch kein Hotel. Also, so rund. Aber ich kann mich auch ganz graue Eminenz daran erinnern, dass da oben auf dem Dach, da steppt der Bär. Will er mal. Aber hey, dann ist es eben halt so, ne? Aber wir sind ja diesmal besser vorbereitet als in den anderen Save-Game. Also, jetzt sollen sie ruhig kommen. Warte, wo? Mach dich weg. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Warte, mach dir mal den Weg frei. Auge in Auge. So. Gut. Hallo. Warte, wo? Links, rechts. Ja, ja, ich helf dir auch. Aber warum heute jetzt? Schade, die hätte ich mal da durchtreffen sollen. Nee, du bist noch nicht tot, was? Jetzt aber. Nee, das Eisen. So. Und das geht schon wieder genauso weiter wie letztes Mal. Na gut. Müssen wir nachkorrigieren. Ist aber nie so schlimm. Warte. Kruzifix. Aber so langsam... Langsam kriegen wir den. Denn so T geht eben halt nach. Aber guck mal. Wenn wir jetzt, äh, jede Glas mitnehmen und das verscherbeln, so viel er wie er annehmen tut, weil, ich kann mich noch daran erinnern, ich hab auch in zwei Tagen dafür. Das ist, äh... Karbin, das ist keine Wirtschaftssimulation. Ja, aber die Karabik. Tadam. Und das ganze Glas, das ich hier einsammle. Ich kriege so Holz. Ist euch denn schon mal aufgefahren, wenn er die Bilder mit Nama kaputt machen? Tut? Kriegt er kein Glas, dann kriegt er Holz. So, äh... Wenn ich ihn so kaputt mache, ich hab jetzt ja nichts. Doch, so krieg ich auch... Okay, dann mach ich das mit denen auf. Jeht schneller. Ich hab das vorhin mit Axt versucht. Äh... Und ich bin der Meinung, da hab ich nicht keinen Kupf... äh, keinen Türknopf bekommen. Bin ich der Meinung? Könnte mich aber auch täuschen. Aber das ist nicht so schlimm. Alter, wir haben fast 19 Uhr. Ja, zum Glück hab ich das so eingestellt, dass die Zombies so oder so rennen. Ich müsste mich jetzt ja dann schön umstellen. So, warte mal, wie war das hier? War hier nicht, ne? Kupfer, Kubaner und so. Oh, ja. Kann ich die Außeneinschraube? Nee, Eisen ohne Komponenten. Hallo? Da ist hey, ja, Kina. Ich sag ja, der Hammer, der macht, äh, Weg frei. Uiuiui. Komm, ne, bitte, wupp mit. Ja, okay, dadurch, dass wir jetzt wirklich versuchen, nach 300 Folgen mal das mitzunehmen, was ich brauche, äh, ich glaube, ich brauche die ja nie verarbeiten. Dann kann ich die gleich so entschmelzen. Globig ist ja nie so eine schlechte Idee. So, jetzt habe ich wirklich alles. Hm, Töpfe verkaufen. Trinkt nicht viel. Und eigentlich sollte ich sowas auch mitnehmen. Ich weiß das und mach das nicht. Könnte nämlich, wie ihr sagt, ist eigentlich schon ein alter Trick. Das könnt ihr nämlich verbrennen. Spart ihr nämlich Holz. Und etwas versparen ist gut. Mach mal ja auch. Hallo? Kommst du mal kurz hier? Hier bin ich. Guck mal. Krass, wa? Das ist mein Hammer. Ist ja der Hammer. So, was haben wir denn da? Klebstoff. Jetzt wird die Sache langsam klebig. Klebrier. Whatever. Also, ich weiß nicht. Also, so langsam mit dem Wasser. Das ist aber auch ein bisschen übertrieben, mal. wenn es hier nachhintut, habe ich fast ein ganzes Jahresvorrat. Würde ich jetzt so mal sagen. Scheiße, ich habe schon wieder das nächste Glas hingesteckt. So, wo ist das jetzt hin? Da. Schaff dich. ich. So. Open. 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 Das geht. Naja, Tor ist ein bisschen feit. Holz. Ja, aber eh ein Holz. Aber schön zu wissen, dass das auch geht. Wenn ich das jetzt hier damit abbaue... Wen ja. Okay. Okay, okay, okay. Warum ist das denn verbarrikadiert? Hier ist ja ja eine Strinne. Moment mal. Nee, das ist ein Stück normal. Alles normal. Es ist so normal, wie geht. Oh, du kommst mit mir. So, so weit ich dran denke. So, dann gehen wir mal weiter. Moins. Inspektion. Ich sagte, den Ballern wir nicht mehr. Okay, Moment. Und wisst ihr, was das geil ist? Ich hab schon will er vergessen, die Uhr. Also könnte will er sein, dass wir über 30 Minuten kommen. Hey. Na ja, gut. Ist ja eine... Ach, scheiß drauf. Wie ihr sagt. Es ist so, wie es ist. Ich mach mir da auch kein Kopf mehr und keine Hoffnung. Wenn ich unter einer Stunde bleibe, ist das schon in Ordnung. Find ich. Damit kann man leben. So, warte mal, geil. Ja, die sortiere ich gleich aus mit dem anderen, was ich eigentlich gesammelt hab. So, die gehen... Ach, das mach ich oben. Wenn wir oben angekommen sind. Und mir der Platz fehlt. Ein Türknauf muss sein. Dann kommt der Karin von ganz allein. Also, komm, in sagen... Ich komm jetzt vorbei. Ne? Ne, das war uns falsch verstehen. So, ist das... Mit dir nicht. Das brennt mal. Mal brennt das nicht. Was? Wo? Hä? Ach da. Wo ist denn? Mensch. Du hast mich aber erschroppt. Ich konnte gerade nicht so insortieren, von wo das Geräusch kam. Hallo? Hallo? Was soll denn das? Ne anfassen, Mensch. Lernt ihr das nie, Zombies? Was denn? Ich kann keine Zeit... Ach, da bist du. Ui, das ist ein... Fa-la-la-la-la-la. Kannst du mal angemahnt zurückkommen? Die Sache war noch nicht klar. Und ich muss nochmal nachladen und das Platz machen, wenn ich eine hinten im Rücken hab. Der hat mir den Knauf geknaut. Wat für'n Penner. Was machst du denn da? Ey, sag mal. Wat stimmt mit euch nicht? So. Ey, Mäuel. Öffnerst hier? Nicht gut. So, trotz wo der Zombie tot ist. Ich hab gerade gedacht, da kommt der nächste... Fa-la-la-la. Gut. Nachgeladen ist. Wat soll passieren? Und wie gesagt, also ich bin mir 100... Also, naja, 100% ist auch falsch. In diesem Hotel ist irgendwo hinterm Bild was versteckt. Ich würde mir doch sowas nicht einbilden. Nein. So, es wird welcher Zeit, wa? So, das clean machen. Äh, wo ist denn das Glas jetzt hin? Da ist es. Die Aktion sieht hier ziemlich glasig aus. So, warte mal, das mach ich hochweg. Scheiß drauf. Ich hab's jetzt zu Hause. Das brauche ich nicht. So, wie schaut's hier aus? Das ist ein Gesicht. Das nur eine Mutter lieben kann. Ich nehme sowas nicht mehr mit. Es sei denn, wer jetzt ein Gen-Meiß gewesen. Dann hätten wir mitgehen können. Äh, ja. Da mitgehen können. So, also. Naja, das geht doch. Wir sind fast oben. Waren in fast jeden Raum drinne. Und ich hab so ja noch Inventarplatz. Ist das nicht krass? Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, wa? Ja, ja. Schmackofatz kommt natürlich mit. Da gibt es ja keine Diskussion. So, mich. Mhm, 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 mhm. Naja. So, und jetzt da oben noch eine schöne Wumme, die ich ja jetzt nur auf Grüne hab. Jetzt auf Lila. Ja, das wär auch ganz nett, wenn ich das hätte. Ja, ja. Wenn ich das hätte. So nett. Das wär nett. Äh. Ja. Hm. Okay. Ein hässliches Gesicht reicht. So, hier ist denn... Erstmal soweit. Gut. Moins. Ich staun, dass hier keiner Linien tut. Ja, ja. So. Glas weg. Dann hatte ich eine Färbung. Die kann auch weg. Da hab ich auch zwei Stück. Bandage kann weg. Das ist eine Standardbandage. Die will ich auch nicht mehr. Bin jetzt wählerisch. So, das habt ihr davon. Na, das ist ja mal ein Lappen. Blei nehm ich auch mit. Ich glaube, da haben sie sich jetzt schon ein, zwei Blei-Splitter angesammelt. Kennt ihr das noch? Mann, waren das noch Zeiten, wo ich rumgejammelt hab. Alter, keine Ausdauer. Das waren noch Zeiten. Sag mal, hab ich nicht noch schon wieder einen Punkt? Tatsache, ich hab schon wieder einen Punkt. Tada! So, warte mal. Hier, äh... Sind wir fertig gewesen. Packen wir die hoch. Chef kochtet mal mal später. Wie gesagt, dann machen wir hier das auch voll. Dann haben wir das irgendwie auch fertig. Fix und fertig. Ich sag es euch. Ich hab' da was eben hier sehen. Ich glaube, ich hab' So. Sollte ich ja machen. So, wartet mal. Hab' ich jetzt? Handeln und Stärke. Ach, Handeln und... Handeln. Ja. Stimmt. Weil wie gesagt, dann kriegt besser Zeug und so. Ja, ja. Wie gesagt, ich konnte das ja nicht machen, weil ich ja keine Zigarre hatte. Ich glaube, ich hab im ganzen Spiel bloß eh mal eine Ja oder bekommen. Und hab die denn, äh, verschärbet ja. Seitdem hab' ich nicht eine Einzelne mehr gefunden gehabt. Also, globig. Nee, da bin ich mir ganz sicher. Weil eine Zigarre, das ist schon ein Link, was ihnen auch fallen tut. So. Das kann wieder weg. Das auch. Das auch. Hab' ich mir entschieden, dass ich mich nicht brauche. Erstmal. Das mache ich sehen. Passt. Passt. Wackelt hat Luft. So, hier ist nichts. Der Musikbilder doch wohl eingebildet hat. Wie gesagt, also mir war so, ob irgendwo hier ein Tresor dahinter versteckt war. Naja. Irren ist menschlich. Ich glaube, hier war ja auch ein Wauzi, ne? Hä? Da ist er. Er ist dumm. Hey, hey, hey. Der klopft da. Ich war grad beschädigt, Miegel. Alle nach und nach. Alter, hat der hier. Der Kotzer, der kotzt ganz schöne. Das ist nicht gut, Alter. Der ist ja genauso wie meine Schrutze. Na, ist hier noch jemand? Will noch jemand? Hä? Nicht? Oh, gut. So, warte mal. Ich muss die mal kurz reparieren. Die sahen mir hier ein schön angeknackst aus. Alter, da spuckt der gegen der Wand und macht die fast alle im Arsch. Alle ein paar Putt. Was für ein Penner. Ich hab das Job schon. Wann hört ihr noch mal? Ich hab's doch gesagt doch, hundertprozentig. Na? So. Moment mal. Grün nimm ich nicht mehr mit. Spiele ich nicht mehr mit. So, was haben wir hier? Ein Rezept. Tata, hab ich mich geirrt. Na gut. Eben, zwei Räume haben wir ja noch. Ich hab's doch noch drin. Erstmal halt schnell lügen und dann sortieren. So. Fisch. Lesen. Lesen. Klee machen. Klee machen. Klee machen. Klee machen. So. So sieht's aus. Alter, Munition sieht auch schon mal wieder nicht schlecht aus. Also mit der... Also wir sind ja hier mit Null angekommen, ne? Also... Also nicht hier, sondern generell. Wir sind ja losgefahren mit Null. Weil ich die Munition zu Hause lassen wollte. Weil ich die eher für eine Horde brauche. Und nachdem, was letztes Mal gekommen ist, bräuchte ich da wahrscheinlich demnächst sehr viel von. Ja, ja. Das glaube ich wirklich. Und wir möchten nur ein paar Sachen später umbauen. So. Das hat ja schon lange gedauert. Ich hab ja echt drauf gewartet. Na, nee, 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 nee. Ich hab ja echt drauf gewartet. Wir kriegen, also... Wir wissen, dass oben Zombies sind. Und ich glaube, wir kriegen auch gleich nochmal einen Schub von unten. Globig. Das hört sich ganz danach an. So, anschleichen ist jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, das spielt eh keinen Wälder. Erstmal. Weil die nächsten Punkte liegen nämlich darin. Schnicky-picky-Bastard. Nee, Moment. Oh, ich hab schon wieder so einen Hustenreiz. Aber diesmal habe ich trinken, neben mir zu stehen. Jetzt muss ich bloß davon trinken irgendwann mal. Aber die krieg ich auch noch hin. Die finden uns nicht. Gut. Hier sind wir dann auch schon mal durch. Und ich glaube, hier dürften Zombies sein. Und ich glaube, hier dürften Zombies sein. Moins. Moins. Ich hab ja Tapsen gehört. Ich hab die Tasse nicht so schnell hingekriegt. Äh, hingestellt. Blöde Kuh. Naja. Ja, ja. Das hat unten so gut angefangen mit den... Was ist denn hier schon wieder los? Jetzt krieg bloß Krösus... Äh, Krösus. Äh. Murks. Murks. Blödsinn, wollte ich sagen. Ist mir aber nicht wurft. Ja, ja. Tatsache, hier ist nirgends wo ein Tresor hinterversteckt. Ich hätte fast schwören können. Dass das so ist. Naja. Eben nicht. Spiel. Äh, sind wir nicht... Äh, 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 muss doch langsam. Er hat ja noch ein bisschen Zeit. Oh. Yo. Er kommt. Er geht. Wo ist denn da ein Loch drin? Ach, war er hier unter der Kotze? Das ist möglich, wa? Warte, wo denn? Hinter mir, vor mir. Gib uns ein Zeichen. Ich wahrscheinlich das Zeichen schneller sehen würden, als du wollen. Ich luftet es über uns. Die hauen jetzt schon. Da ist er. Ha. Ich wusste es. Ich wusste doch. Ich bin nicht verrückt. Gut, er ist zwar nicht hinterm Bild versteckt, aber hey. Das ist ein Tresor. Und ich mach den jetzt auf. Wollen die Horden hier hinter uns kloppen. Na, wer ist schneller da? Die Zombies oder ich im Tresor? Äh, ja. Ich bin grad voll überwältigt. Moin jetzt. Sie kommen zu spät. Ach, hier. Wir könnten das nicht so einfach machen. Was für ein paar Wands. Gut, jetzt, wo ich das weiß, ist das auch nicht mehr gut. So, warte mal. Ich wechsle nochmal auf der Waffe. Auf der Waffe. Okay, die haben uns doch noch nicht entdeckt. Na, die sind ja doof. Mach mal ne hier. So ne Welle. Der hat Hunger. Na gut, ich fütter den mal. Hat er sich verdient. Also, er ist ja noch nie gestorben. Heute sind wir mal in jeweller Laune. Hey. Hier, gönnen. Na ja, Kabi. Du bist doch bloß mit Inventar freier. So ungefähr. Seht ihr, das funktioniert doch. Tada. Und schon ist das Inventar ein bisschen freier. Naja, aber... Mir sagt also, da oben muss schon das geilste Zeug sein, was geht. Also... Ist jetzt nicht so, dass ich sage... Also, holler die Waldfee. Das lohnt sich ja richtig hier rin zu gehen. Na, okay. Gut, was haben wir jetzt? Ach, Türknopf. Knäufe. Knufe. Gut, geht. Das könnte schlimmer sein. So, hier ist nichts mehr. Das müsste jetzt halt hier durch sein. Nicht der Raum. Und da ist denn schon Ende der Fahnenstange. So, wir machen das mal. Geht schneller. Erstmal nehmen und dann kicken. Das nächste, was war ich von ihm? Wie gesagt, ich... Wenn ich die Quest jetzt mache, dann müsste es doch schon wieder genult sein. Dann könnte ich doch das andere Rezept noch mal machen, ne? Rezept, Mensch. Äh, Quest. Ich glaube, ja. Sagen wir so, es ist durchaus möglich. Sag mal, du hast doch noch ja keine Farbe, oder? Das lässt sich ändern. So, du eigentlich hoch noch nicht, aber du brauchst noch keine. Aber du könntest eine Farbe brauchen. Ach, die habe ich schon da drinnen. Habe ich irgendwo... Da ist sie noch drinnen. Da habe ich schon... Habe ich denn, habe ich denn, habe ich denn. Da ist schon voll. Wir brauchen eine lila, äh... einen Klopper, ein lila. Dann würden wir den Hammer da, äh... in den Hammer schmeißen. Och, gut. So. Kommen sie mit. Wie gesagt, da oben ist ja, wie gesagt, eine Militärkiste. Da muss das geilste Zeug drin sein, jetzt. Das muss uns richtig die Schuhe ausziehen. Das wäre mal schön. Hey, da ist der nächste Tresor. Und diesmal so ja an der Wand. Jetzt fehlt bloß noch ein Tresor hinterm Bild. Dann habe ich genau das, äh... Stimmt das, was ich gesagt habe. Naja, weil man nicht so kleinlich sein, ne? Also... Ich hatte schon recht, ja, mit dem Tresor. Ich habe schon an mich gezweifelt. Also ein bisschen. So, die ist gelb. Und ich habe gesagt... Ja, tut mir sorry. Prioritäten. So, dann gucken wir mal schnell hier nach. Das heißt aber auch, dass denn jetzt ja ganz schön viele Spucker kommen werden, ne? Warte, wir machen mal eine ganz einfache Sache. Hä? Hallo? Wie ist China? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Mit der Macht meines Hammers. Schön, wa? Leider will er ein Hammer auf grün. Naja, toll. Na, toll. Gut, jetzt hoffen wir hier noch ein bisschen bessere Zeug. Ich glaube, das gibt ja hier keine Militärkiste, oder? Hä? What? Ich habe... Ich habe dich. So, warte mal. Ich repariere dich mal kurz. Dann kommst du hier alle raus. Das lüft ja heute. Das ist ja richtig gut, ist das, der. Ich mögen das. Ich mag das, wenn ein Plan funktioniert. So, dann kommt das hier alle drin. Krass. So, liebe Zombies. It took me light. Aber es wird für sie schmerzhaft. So, und du kommst weg. Ich kriege mich mit. Ich stehe auf Loot. Entschuldigung. So. Haben wir das da? Ja, schön, toll. So muss das jetzt sind. Ich glaube, das war Ende der Fahnenstange. Weiter geht das nicht. Also, das ist jetzt das Ding der Dinge gewesen. Mir war so echt, als ob hier oben... Äh... Eine Kiste, so eine Militärkiste. Da habe ich mich wohl getäuscht. Kommt vor. Dann machst du erst mal nichts. Aber ich würde mal sagen, hier kannst du vielleicht die Zimmer vermieten. Ist Zombie-frei. Gut, hat ein paar Knickse weggekriegt. Aber hey, so ist es nun mal, wa? Ist ja bei Großbassers auch so gewesen. Das ist Kollateralschaden. Und... Nee, bei Zombies ist es kein Kollateralschaden. Die sind ja schon tot. Was ist denn bei Zombies denn? Komische Fragen. Vor allen Dingen meine Frage ist jetzt... Uschi, wo bist denn du jetzt? Ich sollte erst mal mein Inventar ein bisschen... Äh... Leerer machen, wa? Weil das ist mir ja eine Leere gewesen. So, warte mal. Das mache ich auch clean. Wie gesagt, den Stoff, den will ich nicht. Das kann auch clean gemacht werden. Das auch. Brauche ich jetzt auch nicht. Rechepte gelernt. Ich glaube, das war ja nicht mal so schlecht. So, warte mal. Wir werden jetzt... Unseren alten Plan weiter fortführen. Also wir wissen, dass hier eine Stadt ist. Alter, hier sind überall Quest-Dick angenommen. Aber ich will erst mal gucken, hier unten, ne? Eigentlich ist es hier unten im Mapende. Aber es ist ja ja. Hauptsache, ich liest die Richtung ungefähr. Das ist da. Gut, Leute. Äh... Ich würde mal sagen, das soll erst mal für heute reichen. Wie gesagt, ich... Keine Ahnung. Äh... Zeitmäßig. Ja. Ich hoffe, da hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Denn groß ist hier weiter. Selbe Stelle, selbe Welle, wah. Also bis denn... Ich bin dann erst mal raus. Tschüüüüüüu...